Wasa Leute, hier ist wieder DragLinus und Wiko X5 in einem Let's Play Portal Coop. Bei mir der siebte Part, bei jeder sechste Part, aufgrund von Renderproblemen. Aber dennoch, hier sind wir. In einem... Tag. Tag. In einem Rätsel, das wir gelöst haben. Denn jetzt kommt gleich erst noch das nächste... Arg, ich muss da durch. Wieso... Ja, ich feile bei allem. Ich wette, ich feile sogar noch beim Auseinandergenommen werden und zwei Teile bleiben zurück. Obwohl du damit nicht das Gerät hier zu tun hast. Ja, siehste mal, so feile dich halt. Ich feile so, dass ich andere schon zum Fehlen beeinflusse. Vielleicht. Oh Gott. Vielleicht ist das ja auch andersrum. Weil du feist, wer dich zum Fehlen beeinflusst. Ja, ja, es gibt mir die Schuld. Entschuldigung. Ich liebe dich. Ich... Du bist das beste Robotermodell, dessen Entwicklung Aperture Science je eingestellt hat. Was für eine Lüge. Eingestellt? Das bedeutet, ich bin so schlecht, dass ich nie mehr fabriziert werde. Was hast du eben gesagt? Du hasst mich? Noin, noin. Ihr habt dich lieb. So, so. Die hast du verdient, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Countdown. Wir müssen jetzt beide an die Knöpfe, uns gegen die Knöpfe batchen. Das bedeutet, wir müssen die Portalflächen an diese Wände setzen. Ich muss hier dran und hier dran. Und wir müssen es gleichzeitig machen, circa. Ja, und ein bisschen höher. Genau, auf diese quadrierten Flächen. So, funktioniert schon mal. Ja, ja, aber wir müssen das ziemlich gleichzeitig machen. Bereit? Ja, 3, 2, 1. Autsch. Schnell durch. Ja, es geht gleich zu. Eigentlich nicht. Laser. Würfel. Was soll das? Weißt du, mit Kingi habe ich bei diesem Rätsel ein bisschen länger gebraucht. Okay. Wir haben hier, da muss der Laser wo rein, hä? Mhm. Durch das Ding. Wir haben da einen Katapult. Ich weiß nicht, wie ich diese Tests noch einfacher machen kann. Das stimmt. Das passiert außerdem noch, wenn du den Laser aktivierst. Nett. Und zwar jetzt die ganze Zeit. Hm, angenehm. Guck's dir an. Da warst du. Das kam gerade echt unerwartet. Ich hab's auch vergessen. Okay, dann muss ich jetzt schnell. Okay. Passt. Passt. Entschuldigung. Oh Gott, ich glaube, ich werde gleich sterben. Bist du oben? Bist du oben? Ja. Scheiße, es war nicht genug. Es war nicht hoch genug. Geil, ich muss einmal zurück. Warum hast du mir das Bein versenkt? Oder war es doch eher mein Geschlechtsteil? Ich hatte bloß gerade Angst um mein Leben. Ja, deswegen verbrennen mir die Eier. Ist klar. Akzeptiere ich. Dein Leben ist wertvoller als meine Eier. Welcher Mann würde das sagen? Wui! So, Apparatur abgestellt. Apparatur Science. Haha. Okay, sehr gut. So. Ah! Hiermit berichten wir uns gegen einen Schalter. Wui! Der irgendwie nicht bewirkt? Ja, doch, 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 doch. Er öffnet diese Tür hier. Allerdings... Müssen wir das irgendwie so machen, dass beide durchkommen. Ich sehe nur gerade eine Möglichkeit, wie einer durchkommt. Guck mal gleich, ob hinter der Tür noch was ist. Zu langsam. Ja. Ach. Ich bin halt... Ich bin fertig, bin nicht so schnell. Weißt du was? Machen wir es uns doch einfacher. Warte mal. So. Wir gehen jetzt beide zur Tür und lassen den Würfel die Arbeit für uns machen. Ist doch im Endeffekt viel besser. So. Verdammter Würfel, du sollst eine Arbeit machen. Haha. Warte. Haben wir hier noch irgendeine Fläche? Wupp. Komme ich da überhaupt hoch? Lass mich doch verarschen. So rum. So, warte. In Ordnung. Ich hab's gleich. Grrrr. Der will mich doch echt verarschen. Oh, das war ja da hin. Bessere Idee. Mach mal bitte deinen... Ach, mach ich schon. So, du siehst, das eine Partei ist jetzt direkt über dem Katapult. Und fällt trotzdem. Passt schon. Nein, du musst es weiter nach rechts. Ungefähr da hin. In Ordnung. So. Ah, verdammt. Geschafft. So geht's auch. Das bedeutet, wir dürfen wieder eine CD in den Schlitz schieben. Warum krieg ich eigentlich immer die perversen Sätze? Ich weiß es nicht. Schicksal. Warte mal, mir kommt es so vor, als hätte ich diese Konversation schon mal in einem gelöschten Part gehabt. Mein Name ist Peabody. Ja, und ich heiße Atlas. Aber Pea? Pea? Englisch Pissen? Pisskumpel? Ne. Ja doch, Buddy wird ja auch kurz gleich als Kumpel beteiligt. Das ist ja so geschrieben, ne? Witz, Wortwitz. Pisskumpel. Für diesen Test müssen wir nur noch die Projektpläne finden. Keine Aufregung, sie nützen niemanden. Sie sind völlig langweilig und kümmern. Oh mein Gott. Oh, ich hab mich selbst verbrannt. Ich würde diese Propeller fliegen. Wie viel Denkzeit ihr für die wertlosen Dokumente verschwendet? Die richtige Antwort lautet 0 Sekunden. Oh, ich hab mich selbst verbrannt. 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 Okay, wir haben dort etwas. Dort ist unser Laser. Ja. Dort ist ein Schalter. Dort ist eine Portalfläche. So wie dort und dort. Und dort. Und warte dort. Hm. Dort kommen außerdem Würfel rein. Ja. Aber was passiert, wenn man gegen den Schalter kommt? Ausprobieren? Na, so wird das nichts. Warte mal, lass mich das für dich regeln. Gar. Wir haben hier nicht Katapult oder so, ne? Nein, aber wir haben einen Freifall hier unten. So. Alles, was du tun musst, ist da runterspringen. Und dann solltest du gegen den Schalter knallen. Weeeeee. Verdammt, das war der schon, der weit dort rüber geht. Aber ich lebe noch. Ja, genau, deswegen, ja. Das bringe ich hier hinten nicht. Genau, das bringt uns nichts. Das ist nur eine Auffangstelle. Du musst dich also mit Hilfe dieser Portalfläche, die du hast, links von dir wieder wegschießen. Aber dieses Mal habe ich die Portale für dich richtig gesetzt. Okay. Warte mal. Spring einfach durch. Du hast mein Portal eben gelöscht, habe ich gar nicht bemerkt. Ja, das war gerade nicht aktiv. Genau. Hui. Ja, huu. Verdammt. Arrg. Ich bin tatsächlich nicht aneinandergekommen, weil du mein Portal gelöscht hast, habe ich es wieder an die falsche Stelle gesetzt. Aber jetzt passt es. Okay. Gut. Und dann kommst du dagegen. Au. Und was habe ich jetzt damit bewirkt? Das da. Das ist die Kisten. Hochfliegen, um man sie auffangen kann. Soll bedeuten. Wir haben da unten Platz für zwei Flächen. Das heißt, du musst ein Portal hier setzen und eins hier. Eins da. Wir müssen jetzt so timen, dass der eine den Knopf trifft und die Kiste hochschleudert, während der andere gerade an die Kiste vorbeifliegt, was ein paar Versuche brauchen wird. Ach du Schande. Ja. Ich will Knopf timen. Dann musst du in das Lila, ne? Hm. Okay. Außerdem fliegen die Kisten da unregelmäßig. Mach, wenn die Kisten gerade hier aufprallen. Ach so, weil die... Okay. Bam. Ich war zu schnell. Mhm. Eins. Zwei. Ungefähr zwei Sekunden warten. Guck mal nach unten. Hallo. Guten Tag. So geil. Ja. Muss ich da hin? So. Jetzt bin ich hinter dir. Genau. Dann musst du das Portal da auch mal wieder setzen. Genau. Dadurch musst du wieder. Okay. Wenn es da aufprallt. Bam. Zwei. Fast. Eins. Zwei. Drei. Dann haben wir's. Genau, passt schon. So. Also wieder zurück. Und dir wieder den Klatschknopf verpassen. Klatsch und Tratsch ist hier möglich. So. Okay. Hooray. Eins. Zwei. Drei. Ja. Juhu. Ich musste genau synchron mit dem Piepen sogar sein. So, da ist unser Knopf. Nein, das ist nicht unser Knopf. Das ist unser Laser. Der hält nämlich den Ventilator an, aber nur solange ihn jemand hochhält. Lass mich das machen. So. Du müsstest dich mithilfe zweier Portale... ...der Ventilator starten, sobald ich den Laser loslasse. Das bedeutet, du müsstest dich mithilfe von... ...dem Portal. ...hier. Und den Portal da unten rüber katapultieren. Und ich halte einfach die ganze Zeit den Laser an. Okay. Das Ding. Gut. Scheiße! Du hast mich getötet! Du hast mich getötet! Oh Mann! Du hast mich getötet! Weißt du was? Ich gebe dir Payback, jetzt springe ich da durch. Entschuldige. Aber du erinnerst dich doch an die Stelle, wo Zocker sich so darüber gefreut hat, dass er Kingi getötet hat, ne? Ja. Wir sind da. Wenn ich dir vielleicht vorher sagen soll. Okay. Jaaaaa! Ich bin also gerade auf dieselbe Weise gestorben wie Kingi. Ja. Durch gutgläubigen, äh, durch gutglauben beim Partner. Äh, tut mir irgendwie leid. Hä? Wie kann auch Zocker vertrauen, also mal ganz im Ernst? Ähm. Ja, das ist die eine Sache, aber du hast mir vertraut und wurdest verraten. Ja. Das siehst du nicht eng? Man wird oft verraten im Leben. So, und die komm ich jetzt rein? Aber hättest du's von mir gedacht? Ich glaube nicht. Na, du bist böse. Ich setze für dich einfach nur noch ein Portal. Hm, stimmt, geht ja nicht. Ich kann durch dieses Glas natürlich kein Portal schießen. Ich müsste jetzt ein Portal da schießen. Ich glaube, ich muss zurück. Ja. Du musst die Portale schießen, wo ich durchfliege. Yipp, yipp. Ähm, aber wir haben gleich 15 Minuten. Also lass dir mich erst mal den Platz schneiden. Okay. Wenn ich sterbe, war's das mit dem Part. Also dann, tschüss Welt und Let's Player Kollegen und Nicole und Zuschauer. Tschüss.